Die Oberfläche des Planeten Merkur ist durch eine Vielzahl von faszinierenden Kratern gekennzeichnet. Diese Krater sind das Ergebnis von Kometeneinschlägen, die über Milliarden von Jahren stattgefunden haben. Merkur ist eine der am stärksten bombardierten Planeten in unserem Sonnensystem. Die Krater auf Merkur variieren in Größe und Form. Sie reichen von kleinen Einschlaglöchern bis hin zu riesigen Becken, die einen Durchmesser von Hunderten von Kilometern haben. Einige der größten Krater auf Merkur sind das Kalorisbecken und das Rembrandtbecken. Diese Becken zeugen von katastrophalen Einschlägen und haben die Oberfläche des Merkurs stark verändert. Die Krater auf Merkur sind nicht nur geologisch interessant, sondern geben auch Aufschluss über die Geschichte des Sonnensystems. Durch die Untersuchung der Krater können die Wissenschaftler Rückschlüsse auf die Häufigkeit und Intensität von Einschlägen in der Frühphase des Sonnensystems ziehen. Darüber hinaus geben die Krater Aufschluss über die geologische Aktivität des Merkurs und seine Entwicklung im Laufe der Zeit. Die NASA Raums on the Messenger hat wertvolle Daten über Krater auf Merkur gesammelt und hochauflösende Bilder zur Erde geschickt. Die Analyse dieser Daten hat es den Wissenschaftlern ermöglicht, die Merkmale der Krater genauer zu untersuchen und mehr über die geologische Geschichte des Planeten zu erfahren. Die Krater auf Merkur sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern auch wichtige Forschungsobjekte, die unser Verständnis der Planetenbildung und kosmischer Einschläge erweitern. Die Krater auf Merkur sind nicht nur visuell erleben, weil Sie diese Daten brennen. Vielen Dank.